Erlernen Sie die Meditationstechnik Die Meditationspraxis, mit deren Ausübung wir uns in diesem Buch befassen, wird Shamatha genannt, die Meditation des ruhigen Verweilens. Man kann sich mit unterschiedlichen Zielsetzungen vielen verschiedenen Formen von Meditation widmen. Einige Meditationspraktiken könnten Ihnen beispielsweise helfen, leichter einzuschlafen. Unsere Praxis hier beinhaltet genau das Gegenteil, obgleich sie eine beruhigende Wirkung hat. Shamatha soll Sie wach machen. Wollen Sie, dass Sie bei Ihrer Arbeit stärker präsent sind, dann ist diese Praxis Ihr Ding. Wünschen Sie eine echte, ungekünstelte Verbindung zu Ihren Freunden und zu Ihrer Familie, dann ist das Ihre Praxis. Wollen Sie die erfreulichen wie die schmerzlichen Elemente in Ihrem Leben in voller Wachheit erfahren, dann ist Shamatha die richtige Praxis für Sie. Shamatha macht Sie wach für das, was genau in diesem Augenblick vor sich geht, indem Sie sich darin üben, die Aufmerksamkeit auf etwas zu richten, was den jetzigen Augenblick verkörpert. Auf den Atem. Der Atem ist jederzeit neu, stets frisch. Er ist der Inbegriff dessen, was gerade jetzt im gegenwärtigen Augenblick vor sich geht. Mit unserem ersten Atemzug sind wir zur Welt gekommen, und wir werden so lange atmen, bis wir sterben. Der Atem begleitet uns in jedem Moment, wir aber denken nicht an ihn. Nicht oft kommt es vor, dass wir die Zeit damit verbringen, an etwas so Einfaches und Natürliches wie den Atem zu denken. Bis jetzt. Diese spezielle Praxis stammt aus der Zeit des Buddha. Der Buddha war, bevor er zum Buddha wurde, ein Prinz namens Siddhartha Gautama. Er wuchs in einem so beschützten und abgeschirmten Umfeld auf, dass er im Verlauf der gesamten Kindheit und als Teenager kein Leid zu sehen bekam. Schließlich wurde er aber neugierig und wollte wissen, was sich außerhalb der Mauern seines Palastes abspielte. Also begab er sich mit dem Segen seines Vaters auf eine Ausfahrt. Gleich bei dieser Begegnung mit der Außenwelt erhielt er, anders als sein Vater es sich gewünscht hatte, schon einen ersten Einblick in die Erfahrung von Leid. Er erblickte Alter, Krankheit und Tod. Auch einen Asketen sah er. Zu erleben, was Leid ist, war für Prinz Siddhartha Gautama, den späteren Buddha, eine derart überwältigende Erfahrung, dass er danach nicht länger König werden wollte, sondern sich für einen spirituellen Weg entschied. Siddhartha verließ das Haus seines Vaters, ohne vorher jemanden in sein Vorhaben einzuweihen. Die folgenden Jahre, bis er jenseits der Dreißig war, verbrachte er damit, diverse Formen von spiritueller Praxis zu erkunden und in dieser Zeit erlernte er ein breites Spektrum von Meditationstechniken, die er jeweils rasch meisterte. Anschließend begab er sich abermals auf die Suche nach einer neuen Praxisform. Denn keine Praxis, die er kennengelernt hatte, vermochte die Empfindung jenes Leids, mit dem er erst außerhalb des Palasts in Berührung gekommen war, zu lindern. Schließlich setzte er sich unter einen Baum und beschloss, »Ich will ein wenig auf den Atem meditieren.« Das tat er. Und zugleich fasste er den Entschluss und gelobte, sich von seinem Meditationssitz erst dann wieder zu erheben, wenn er den Erleuchtungszustand erreicht haben würde. Inzwischen tauchten in seinem Geist alle Arten von Schmerz und Pein auf. Er aber saß unbeirrt weiter da. Zu guter Letzt gelangte er an sein Ziel. Nirvana. Inneren Frieden. Bevor sich in den 90er Jahren eine Grunge-Band diese Bezeichnung zulegte, blieb der Ausdruck Nirvana einzig und allein demjenigen Zustand vorbehalten, in dem man zu innerem Frieden gefunden hat. Viele Leute denken bei Nirvana an jemanden, der von Glückseligkeit total überwältigt dasitzt. Das entspricht jedoch nicht dem, was Siddhartha erreicht hat. Beim Eintritt in Nirvana, den Erleuchtungszustand, gelangte Siddhartha in Einklang mit der Wirklichkeit, so wie sie ist. Also nicht in Einklang damit, wie die Wirklichkeit seiner Vorstellung zufolge sein sollte oder mit einem transzendenten Begriff davon, wie sie sein könnte. Vielmehr erwachte er zum tatsächlichen Sein der Dinge. Das ist Erleuchtung. Darum wird er als Buddha als der Erwachte bezeichnet. Indem sie sich auf diese einfache Sitzpraxis einlassen, die der Buddha durchgeführt hat, gehen sie selbst eine Verpflichtung ein, ebenfalls zu erwachen. Vielleicht haben sie nicht den Wunsch, letztgültige Erleuchtung zu erreichen. Völlig in Ordnung versprochen. Aber vielleicht wird der Gedanke, wacher und mehr in Harmonie mit dem eigenen Leben zu sein, anziehend für sie klingen. Mit solch einem Ziel vor Augen wollen wir uns die speziellen Instruktionen für die Shamatha-Meditation anschauen. Der Körper Nehmen Sie zunächst auf einem Sitzkissen, das auf dem Boden liegt, eine komfortable Position ein. Sollte Ihnen das Sitzen auf dem Boden unangenehm sein bzw. Schmerzen bereiten, können Sie sich stattdessen auf einen Stuhl setzen. Sitzen Sie auf jeden Fall mit dem Hinterteil fest im Zentrum Ihrer Sitzgelegenheit. Sie wollen spüren, dass Sie in physischer Hinsicht geerdet sind. Das wird es Ihnen erleichtern, sich geistig zu erden. Entwickeln Sie ein Gefühl dafür, wie beim Sitzen der Körper mit seinem ganzen Gewicht von der Erde getragen wird. Legen Sie, wenn Sie auf einem Meditationskissen sitzen, die Beine locker über Kreuz, so dass die Knie ein klein wenig unterhalb der Hüftknochen zu liegen kommen. Sitzen Sie auf einem Stuhl, dann stellen Sie die Füße fest auf den Boden, ungefähr eine Hüftbreite auseinander. Öffnen und dehnen Sie sich, indem Sie auf dieser soliden Basis ruhen zum Himmel hin. Ziehen Sie, um gerade zu sitzen, die Wirbelsäule in die Länge. Drücken Sie die Schultern nicht nach hinten, ansonsten werden Sie letztlich Schmerzen haben. Falls es hilfreich für Sie ist, etwas zu visualisieren, empfehle ich stets, sich oben auf dem Kopf eine Schnur vorzustellen, die Sie gerade zieht. Viele von uns haben beim Lesen oder bei der Computerarbeit etc. Jahrzehnte in einer gekrümmten, nach vorn gebeugten Position verbracht. Daher ist es nicht ungewöhnlich, wenn sich die gerade Sitzhaltung anfangs unbequem anfühlt oder gar Schmerzen bereitet. Mit der Zeit wird es leichter, das verspreche ich Ihnen. Aber bemühen Sie sich bitte, in dieser aufrechten Haltung zu bleiben und lehnen Sie sich, falls Sie auf einem Stuhl sitzen, nicht an. Platzieren Sie nun die Hände mit nach unten gewendeten Handflächen auf den Oberschenkeln. Diese Position soll Ihnen ein wenig zusätzlichen Halt für den Rücken geben. In manchen Traditionen haben Sie vielleicht Leute gesehen, die mit nach oben gewendeten Handflächen meditieren oder mit einer speziellen Mudra- oder Handposition in der Höhe des Nabels. Solche Positionen sind schön und gut, aber wir wollen es hier unkompliziert halten und außerdem der Sitzposition zusätzlichen Halt geben, indem die Hände mit der Handfläche nach unten auf dem Oberschenkel liegen. Der Schädelknochen ruht zuoberst auf der Wirbelsäule. Hinsichtlich der Kopfposition brauchen Sie nur eines zu tun. Das Kinn ein ganz klein wenig zurücknehmen. Entspannen Sie die Gesichtsmuskulatur, insbesondere im Stirnbereich, um die Augen herum und die Kiefermuskeln. Durch die Entspannung des Unterkiefers kann sich der Mund ein wenig öffnen. Das ist gut so. Die Zunge sollte am besten oben den Gaumen berühren. Das verlangsamt den Schluckprozess und ermöglicht ein ungehindertes Atmen. Tipp Die Augen geöffnet halten Senken Sie zu guter Letzt den Blick ein wenig, sodass er ca. 60 bis 120 Zentimeter vor Ihnen auf den Boden trifft. Vielleicht finden Sie es überraschend, dass ich Ihnen empfehle, mit geöffneten Augen zu meditieren. Letztlich ist das eine Frage des Standpunkts. Wenn man allerdings wacher sein will für das, was um einen herum vorgeht, erscheint es kontraproduktiv, die Augen zu schließen. Wer mit dem Meditieren gerade erst begonnen hat, dem fällt es meiner Erfahrung nach nicht schwer, dies mit offenen Augen zu tun. Wer in der Vergangenheit gewohnt war, mit geschlossenen Augen zu meditieren, dem bereitet der Übergang ein wenig Mühe. Trotzdem kann ich Sie nur ausdrücklich ermutigen. Versuchen Sie, die Augen offen zu halten und senken Sie den Blick ein wenig, ganz entspannt, sodass er im eben genannten Abstand vor Ihnen auf den Boden trifft. Meditation ist keine intellektuelle Übung. Vielmehr geht es darum, Verbindung aufzunehmen mit dem, was in Ihrem Körper vorgeht. Diesem Vorgang, mit Ihrem Körper so wie er gerade ist, in Kontakt zu treten, kommt außerordentlich große Bedeutung zu. Nehmen Sie sich daher, bevor Sie weitermachen, die nötige Zeit, zu Ihrem körperlichen Sein Verbindung aufzunehmen und in es einzutauchen. Der Atem Nun zum anstrengenden Teil, der sich sehr einfach anhört. Widmen Sie Ihrer Aufmerksamkeit ganz dem Atem. Sie atmen, während Sie dieses Buch hören. Sie atmen den ganzen Tag. Selbst im Schlaf atmen Sie. Der Atem gehört nicht zu den Dingen, denen Sie häufig Ihre Aufmerksamkeit schenken. Tun Sie es darum jetzt, auch wenn Sie im Moment nicht zu meditieren versuchen. Vielleicht sitzen Sie gerade in der U-Bahn oder in einem Wartezimmer. Legen Sie das Buch einfach auf Seite und schenken Sie dem Atem eine Minute lang Ihre Aufmerksamkeit. Gar nicht so einfach, oder? Denn unser Geist ist es gewohnt, Amok zu laufen, statt die Aufmerksamkeit auf so etwas Elementares wie den Atem zu richten. Gerade das macht die Meditationspraxis schwierig. Jahre haben wir damit zugebracht, uns anzugewöhnen, wirklich alles zu tun, bloß nicht präsent zu sein bei dem, was genau in diesem Augenblick geschieht. Der Atem dient uns zur Verankerung in der Gegenwart. Spüren Sie daher Ihrem Atem nach, so wie er jetzt in diesem Augenblick ist. Beachten Sie bitte, dass Sie das normale Atemmuster in keiner Weise abzuwandeln oder zu verändern brauchen. Weder auf das Ein- noch auf das Ausatmen müssen Sie besonderes Gewicht legen. Atmen Sie einfach, wie Sie es normalerweise tun. Vielleicht sind Sie jetzt beim Atmen sogar ein wenig befangen. Lassen Sie den Körper ganz natürlich seine Aufgaben erledigen. In gewissem Sinn ist das eigentliche Objekt Ihrer Meditationspraxis die Wertschätzung des eigenen Seins. Der Geist Ihre Aufmerksamkeit wird vom Atem abschweifen. Vielleicht für ein paar Sekunden, vielleicht auch Minuten lang. Aber Sie werden abgelenkt sein. Auch das ist nur natürlich. Da wir es nicht gewohnt sind, im gegenwärtigen Augenblick zu verweilen, verfällt der Geist gewohnheitsmäßig der Anziehung durch Vergangenheit und Zukunft. Ein Beispiel. Sie versuchen präsent zu sein. Stattdessen durchleben Sie jedoch in Gedanken noch einmal eine Unterhaltung, bei der Sie sich seinerzeit über Ihren Gesprächspartner geärgert haben. Von dort aus springt der Geist in die Zukunft und überlegt, wie Sie der oder dem Betreffenden bei nächster Gelegenheit die Leviten lesen werden. Tipp. Etikettieren. Rufen Sie sich in all jenen Fällen, in denen Ihre Aufmerksamkeit auf der Strecke bleibt, weil Sie in der Vergangenheit oder in die Zukunft abdriften, einfach in Erinnerung, dass Sie die Intention haben, beim Atem präsent zu sein. Falls sich der Geist in großen Überlegungen verliert und Sie dabei den Raum, in dem Sie meditieren, hinter sich lassen, können Sie im Stillen, ganz sachte zu sich sagen, Denken. So erinnern Sie sich daran, dass es zwar völlig normal sein mag, was Sie da tun, aber keineswegs in Ihrer Absicht liegt. Nachdem Sie Ihre abschweifenden Gedanken mit dem Etikett Denken versehen haben, können Sie die Aufmerksamkeit erneut auf den Atem richten. So sieht in den Grundzügen die Shamatha-Praxis aus. Der Buddha hat sich in ihr geübt und bei ihm hat sie gewirkt. Darum sollten wir ihr wirklich eine reelle Chance geben. Wir brauchen nicht diese oder jene zusätzliche Praxis oder neue Techniken, um uns weitergehenden Herausforderungen zu stellen. Machen Sie im Verlauf unserer gemeinsamen Arbeit bitte von dieser Shamatha-Praxis-Gebrauch. Ihre Kraft liegt in der Einfachheit. Mit der Zeit werden Sie sich selbst klarer wahrnehmen können und sich zum Kenner in Bezug auf Ihren Denkprozess entwickeln. Das kennzeichnet einen Meditierenden. Er weiß die Geschmacksvielfalt des eigenen Geistes zu schätzen und ist imstande, bei jedem Geschmack präsent zu sein. Als nächstes wollen wir uns zwei Hilfsmittel anschauen, die uns dieses Unterfangen erleichtern. Bezug auf Ihren Denkprozess und die leidigen,